Piu-Piu! Krass! Scheiße! Mist! Wollen wir mal Kaffee drin? Ist schon spannend hier! Shit! Shit! Ein paar Schränke hier! Auch Gemälde! Sieht fast aus wie ich! Ja! So ein bisschen gemalt hier! Was ist das? Oho! Muss ich das denn sehen, wenn ich das jetzt öffne? Ups! Man hat ein bisschen was gesehen! Psst! Psst! Nicht zu laut! Der Ventilator! Scheiße! Wir haben schon fast 15 Uhr! Es ist mitten in der Nacht, Leute! Es ist mitten in der Nacht, 15 Uhr! Ein Schrank! Ein bisschen Lego! Es scheint hier echt alles drin zu sein! Das sind Bücher! Verträge! Mappen! Kleingeld! Karten! Und da! Noch mehr Lego! Gut! Hier scheint echt alles möglich drin zu sein! Warte! Was ist das? Ach! Ein Buch! Alter! War ein ziemlich fettes Buch! Scheiße! Scheiße! Was war das? Ich dachte ich hätte die Polizei gehört! Scheiße! Okay! Ruhig! Psst! Was ist hier? Was ist hier? Schuhe! Stiefel! Zwei verschiedene Farben! Okay! Großbritannien Trucks! So! Hier ist ein Gerümpeltisch! Schlüssel! USB-Stick! Wie kommt man denn her? Ah! Stille! Ich glaub den! Ich glaub den steck ich mir mal rein! So! Was ist das für ein Bett? Sieht ja ordentlich aus! Die Läder sind ja frisch! Scheiße! So! Karte Welt! Gönner Loch! Hier? Ach! Hier sieht man jetzt nicht viel mehr! Mist! Jetzt sieht man was! Ich hab die Tasche nach der Bahn gemacht! Das ist schon mitten in der Nacht natürlich! Jaja! Gameboy Stühle! Karpensalat! Standard eben! Wand! Ja! Ihr kennt ja diese Gerümpelstühle! Ich hab davon drei! Ist äh... Muss ich nicht viel zu sagen! Hier! Meine Kutte! Wie voll geil! Guck mal jetzt! Ich führ erstmal den Verschnuller hier weg! So! Meine Kutte! Voll geil! Ich hatte mal einen Button! Der mein Logo war! Also das kleine Mönsterchen in rund! Aber den hab ich verloren! Na komm! Lass dich drehen hier! So! In Tarnfarben hab ich mitgenommen! Damit ich hier noch nicht gesehen werde! So! Da hab ich ein paar Schränke aussortiert! Ja! Ansonsten hier ein paar Games! Halo Limited! GTA 5! Battlefront! Ja! So! Mein Arbeitsplatz kennt ihr ja schon! Hab ich schon mal ein Video drüber gemacht! Ja! Ich hab grad ein bisschen aufgeräumt! Das ist noch so ein bisschen Geschirr hier! Ja! Die kaputte Gitarre! Voll geil! Arachi! Ach ja! Ansonsten! Shit! Was gibt's denn noch so zu sehen? Ich will jetzt auch nicht den Alarm auslösen! Shit! Shit! Leute! Das war sogar zu krass! Ohne Witz! Das war zu krass! Ich bin grad hier ein bisschen rumgelaufen! Hab mir alles so ein bisschen angeschaut! Und dann... Ohne Witz! Da kamen Polizisten! Alter! Scheiße! Ich musste weglaufen! Äh... Ich bin noch da! Ich versteck mich gerade! Ähm... Aber hier... Hier können die mich zum Glück nicht finden! Hier finden die mich nicht! Ich hoffe nur, dass das alles noch klappt! Dass wir hier noch weitere... Äh... 23 Stunden verbringen können! Wir haben jetzt 15 Uhr ganz genau! Es sind schon 5 Stunden vergangen, seit der letzten Aufnahme! Es ist... Es ist einfach zu krass! Es ist zu krass! Wirklich! Ich hab Taschen dabei aber... Ich muss mich jetzt verstecken! Die Polizei hat mich ausgesehen! Scheiße! Hier! Sieht man was? Kann man sie sehen? Scheiße! Sieht man... In der Polizei! Nein! Fuck! Ich muss sie holen! Shit! 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 Verstecken! Da hinten ist doch eine kleine Elektroniker in dem Schrank da! Shit! Sie dürfen uns nicht sehen! Shit! Erst mal... Erst mal ein bisschen hier... Verstecken! So! So! Ist das nicht spannend für euch? Boah! Shit! Okay! Aber so sieht man die Polizei nicht! Die Cops waren nicht... Hört ihr das? Ist der Alarm! Scheiße, schnell! Shit, Alter! Ich bin jetzt rausgegangen... Ups! Ich bin jetzt rausgegangen, der Alarm, Alter! Boah! Kann froh sein, dass die Polizei nicht gekommen ist! Ich hab's nochmal rausgeschafft, aber jetzt... Jetzt... Ich hoffe ihr hattet Spaß mit dem Video! Äh... Ich geh jetzt nach Hause, Alter! Ich hoffe, dass ich keine Anzeige kriege! Es war einfach zu krass! Ähm... Wenn ihr es genauso krass fandet wie ich... Lasst 200.000 Daumen hoch, sonst können wir die Serie vergessen! Ähm... Klickt auf meine Werbung bitte! Und dann sehen wir uns im nächsten Video, sobald das hier 200.000 Daumen bekommen hat! Bis dann! Ciao! Ich liebe euch alle! So! Scheiße, Alter! Die Pisser kaufen mir echt alles an! So!